Dass Geheimdienste schmutzige Deals mit fragwürdigen Informanten machen, das kann eigentlich niemand überraschen. Auch nicht, wenn es um den BND geht. Was jetzt nach Öffnung der Archive mit Akten aus der Nachkriegszeit ans Licht kommt, das erschreckt dann aber doch. In seiner Anfangszeit hat der Bundesnachrichtendienst systematisch mit früheren Naziverbrechern zusammengearbeitet. Darunter Klaus Barbie und Adolf Eichmann. Das bedeutet, dass der deutsche Geheimdienst erstens wusste, dass weltweit gesuchte Täter noch leben und zweitens sogar ihren Aufenthaltsort kannte. Insofern verwundert es auch nicht, dass der BND lange gegen die Freigabe der Akten sich sperrte. Unsere Autorin Gabi Weber hat sich einen Teil dieser Akten, und zwar die zu Adolf Eichmann, gerichtlich erstritten und für uns gesichtet. Laut der BND-Akten war in Oberösterreich eine U-Bewegung entstanden, in der sich alte Nazis tummelten. Diese Untergrundbewegungen nannten sich die Spinne und das Sechsgestirn. Ihre Mitglieder bezeichneten sich als U-Boote. Ihre Aufgabe bestand nicht nur in der Sammlung der alten Kameraden, um sich einer möglichen Strafverfolgung wegen Kriegsverbrechen zu entziehen. Sie wollten auch das Dritte Reich und den Führerstaat zurückhaben. Eichmann war bei dieser U-Bewegung dabei. Welche konkreten Aufgaben er hatte, das geht aus den Akten nicht hervor. Die offizielle Geschichtsschreibung hat bisher eine ganz andere Darstellung festgeschrieben. Danach soll Eichmann nach Kriegsende in der Nähe von Celle, erst als Holzfäller und dann als Hühnerzüchter friedlich gearbeitet haben, bis er sich, das ist unstrittig, im Juni 1950 über die Rattenlinie des Vatikans in Genua Richtung Argentinien einschiffte. Die Geschichtsschreibung der Geheimdienste liest sich anders. Da ist die Rede von einer Nazi-Struktur in Oberösterreich, die für die Westalliierten militärisch in Osteuropa operieren sollte. Zitat des Linzer Vermerks vom 16. Dezember 1948. Eichmann war bis ca. vor drei Monaten, vermutlich seit Kriegsende 1945, in den Bergen bei Grundelsee bei einem Schriftsteller. Bis Sommer dieses Jahres hat Eichmann unter dem Namen Ehrenreich gelebt. Eichmann bekam vor einigen Monaten von der in Österreich bestehenden U-Bewegung einen österreichischen I-Ausweis auf den Namen »Feres Alfred, geboren in Wiener Neustadt« ausgestellt. Seine letzte Zusammenkunft mit seiner Frau Vera erfolgte vor ca. drei Monaten auf einer Almhütte im Totengebirge. Er hatte ihr gesagt, dass er vom Grundelsee verschwinden müsse. Er erzählte seiner Frau, dass er von seinen Kameraden verständigt worden sei, nach Braunau am Inn zu kommen, da er dort gebraucht wird. Frau Eichmann hatte letzten Sonntag am 12.12.1948 bei einer Besprechung mit Vertrauensleuten ein kleines Lichtbild ihres Gatten vorgezeigt. Post von ihm erhalte sie laufend durch Kurier, und zwar durch ihren Schwager Fritz aus Linz. Eine Zusammenkunft mit Eichmann ist möglich, doch nur für solche Personen, die Eichmann persönlich kennen. Der Ort der Zusammenkunft kann fallweise bestimmt werden. Ebenso in Altaussi lebte Dr. Euler, einst Arzt bei der SS-Division Totenkopf, sowie die SS-Ärzte Dr. Konrad und Hofer. Ganz in der Nähe, in Südtirol, hielt sich Siegfried Überreiter auf, einst Gauleiter der Steiermark, dann Zeuge im Internationalen Militärgerichtshof in Nürnberg, der sich einer drohenden Auslieferung an Jugoslawien durch Flucht aus einem Lager der Alliierten entzogen haben soll. Sowie ein gewisser D'Adieu, der laut Geheimdienstvermerk das Versteck von sieben Kubikmeter schwerem Wasser kannte, welches in der Steiermark vergraben sein soll. Vermerk der Linzer Erhebungsgruppe vom 13. Dezember 1948. Der V-Mann, also der Verbindungsmann der Politiker, der Polizei, wusste von konkreten militärischen Plänen der Amerikaner. Neuerdings soll Mitterhuber von der U-Bewegung aus Deutschland die Weisung erhalten haben, in Österreich sämtliche Kraftfahrzeuge erfassen zu lassen, welche Fahrzeuge für eine eventuelle Mobilmachung vorgesehen sind. Der ehemalige SS-Obersturmführer Sepp Mitterhuber berichtete der Polizei regelmäßig und detailliert über die U-Bewegung, das Sechsgestirn und die Spinne. Das Sechsgestirn bestehe aus ehemaligen Angehörigen der SS, SA und der Gestapo sowie aus Wehrmachtsoffizieren und NSDAP-Funktionären. Es werde von einem ehemaligen deutschen Offizier geleitet. Vermutlich Kesselring, welcher im Sommer 1948 mittels Flugzeug und angeblich im Einvernehmen mit den Amerikanern nach Spanien flüchtete. Als zweiter Führer der U-Bewegung für Deutschland und Österreich wurde der SS-General Paul Hauser benannt, welcher sich in Bayern befindet. Hauser kommt auch öfters nach Österreich. Herbert Ranner soll ebenfalls dem Sechsgestirn angehören. Albert Kesselring hatte in Italien hunderte Zivilisten als Partisanen erschießen lassen. Er befehligte noch im März 1945 die Westfront. Hauser war Generaloberst der Waffen-SS und an Kriegsverbrechen in der Sowjetunion beteiligt gewesen. Nachdem er sich dem US-Geheimdienst angedient hatte, wurde er 1949 aus der Haft entlassen. Anklage gegen ihn wurde nie erhoben. Die U-Bewegung versorgte die alten Kameraden. Viele von ihnen nunmehr im Dienst des CIC und der gerade gegründeten CIA mit falschen Papieren, Geld und Unterkünften. Zitat Das Ziel der U-Bewegung ist vorerst nur ein militärisches. Im Falle einer Auseinandersetzung zwischen Ost und West sollte dann ein aktives Auftreten erfolgen. Über das spätere politische Ziel dürfte jedoch kein Zweifel bestehen, die Wiedergeburt eines Führerstaates im nationalsozialistischen Sinne zu erkämpfen. Einige Männer der U-Bewegung wie Hauser und Renner sind außerdem bei den Amerikanern im Spionagedienst tätig. Der geistige Oberleiter der U-Bewegung war Josef Urban, vormals SS-Obersturmbahnführer und enger Mitarbeiter Eichmanns in Ungarn. Ihm kauften nach dem Krieg die Dienste in Ost und West seine meist frei erfundenen Geschichten ab. Zuerst gegen Straffreiheit, dann mit Geld. Im Juni 1946 flüchtete Urban aus einem Internierungslager des CIC. Endgültig entlassen aus den Diensten des CIC wurde er laut BND im Frühjahr 1950. Urban verbreitete munter in Kreisen der U-Bewegung, dass Hitler lebe und dass die U-Bewegung Verbindung zu Hitler und Eichmann habe und dass er Urban für ihn arbeite. Später behauptete er sogar, dass eine unmittelbare Verbindung zu Hitler bestünde, die über Argentinien läuft. Er machte auch über den Aufenthaltsort Hitlers geheimnisvolle Andeutungen, so zum Beispiel, dass eine 1939 ausgelaufene deutsche Antarktisexpedition im Südpolargebiet fruchtbares Land gefunden und dort ein Refugium geschaffen hätte. Im Rahmen der Neonazi-Gruppe war das Argument, dass Hitler noch lebe, bedeutsam, da Urban daraus ableitete, dass der dem Führer geschworene Eid noch seine Gültigkeit habe und alle, die dies nicht anerkennen wollten, einmal als Verräter bestraft würden. Mal wollte Urban dem BND geheime Dokumente aus Ungarn besorgen, ein anderes Mal spiegelte er enge Verbindungen ins Zentralkomitee der österreichischen Kommunistischen Partei vor und versprach, an Internas heranzukommen. Es erwies sich alles als Blöck. Aber Urban beschäftigte die CIA und die europäischen Dienste jahrelang. Der BND übernahm ihn offiziell 1956. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Linzer Sicherheitsdirektion längst gemerkt, dass Urban vor allem in die eigene Tasche wirtschaftete. Zitat aus ihren Akten. Urban organisierte einerseits die NS-Bewegung, andererseits verkaufte er selbst diese von ihm irregeleiteten und verführten Menschen auf Anhieb der Polizei. Seine Beziehungen zum israelischen Nachrichtendienst sind ein nicht minder pikantes Gegenstück. Nazis im Dienste des bundesdeutschen Geheimdienstes. Gabi Weber war das über den skandalösen Inhalt von BND-Aktien